moin moin und herzlich willkommen zu flägetan 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 ihr habt keine ahnung kleine info vorab ich werde in dieses video wirklich viel ironie stecken also bitte nicht alles wörtlich nehmen was ich sage oder sagen werde ja ein neues game für mein what the fuck ordner ich hatte ja schon mal eins versucht zu präsentieren das hieß glaube ich es anderen city oder so ich bin bis heute froh dass es noch kein paar zwei gibt dass ich spielen muss ich würde mal behaupten dass es hier resident evil silent hill killer ich die stark von aus ich würde sagen wir schauen einfach mal rein so das könnte euch alleine übersetzen ok 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 moment moment die steuerung ist ganz schön empfindlich ich sie springen zielen gibt es nicht was ok r2 schießen also es sieht so ein bisschen aus wie night more creatures und etwas erbrochenen also night more creatures nur zur info war damals für die ps 1 richtig geiles horror game zu meiner zeit wirklich sehr geil kreis ist gar nichts 3 3 3 3 1 4 was und das ein staubwedel was ich habe staubwedel oh warum schieße ich denn las ich mal da was mach ich der hammer also der nachkampfangroute ist viel zu stark was pfeift denn hier so jonge 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 很 Ja so, also auf den ersten Blick, Nightmare Creatures, den Älteren unter euch, wird das ein Begriff sein. Das war wirklich, auch atmosphärisch, richtig nice. Also, keine Frage. Du, ich kann auch. Wenn ich eine Mutation habe. Der spricht Deutsch? Attackieren. Was ist das für einer? Okay, der hat mich erwischt. Da steht einer. Oh, wo muss sie? Wo muss sie denn? Was? Da sind wir im Stimmdruck, Junge. Moment. Hä? Komm ich nicht hoch. Junge, du musst doch mal nachladen. Pistolen, Muni. Noch mehr? Also, die Zombies hier, oder was das sein soll, die mache ich doch lieber im Nahkampf fertig. Uh. Junge, Junge, Junge. Oh, Kopfschuss. Beide Beine weg. Das ist ein Soldat, oder? Oh, das ist ein Fass. Man sollte immer auf Fässer schießen in Spielen, habe ich gelernt. Wow. Physik-Engine. Wahnsinn. Leute, ich bin hier und weg. Oh, das Geist. Ähm. Ja. Grafisch muss ich nicht viel zu sagen. Wirklich Bombe. Also. Wenn das kein AAA-Game ist, weiß ich auch nicht. Steckt sich hier irgendwas drin, oder? Da ist was. Da ist Heilung. Okay, gut zu wissen. Da ist noch ein Fass. Ah. Na komm, wir treffen uns genau hier, Leute. Kommst du mit? Oh, mehr. Ui. Hm, naja, gut. Dann halt so. Oh. Ein Schlag. Des. Wat? End des. Des. Hüpfig? Wie heißt das? Geh ich ganz lang? Ich hasse sowas, ey. Moins! Okay, was haben wir hier? Oh. Meine Armbrust. Wie kann ich ihn jetzt wieder wechseln? Ah, L1, R1. Was? Okay. 65 Schuss. Jawohl. Heilo. Hey, okay, okay. Okay. Wie kann ich ihn da helfen? Die Steine sehen aus, als ob man die kaputt schlagen kann. Schießen die nur auf mich, ja, ne? Einen Kopf hab ich getroffen. Wo ist der denn? Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Attackieren! Attackieren! Deutsche! Wir werden angegriffen. Wo denn? The Heaven of the Nazis. Das sollen Nazis sein? Oh Gott, der Trophäe gekriegt. The Heaven of the Nazis. Der Himmel der Nazis. Was spiele ich hier? Das könnte auch als ganz billiges Doom, äh, rüberkommen hier, ne? Es gibt auch Parallelen. So, jetzt gehen wir mal in Richtung Death. Äh, Death waren wir ja schon. Da ist doch der. Fass. Will nicht. Will nicht. Kommt mal her hier. Ja. Monster Kill. Das fehlt hier. Das fehlt hier. Das fehlt hier. Oh, moin. Also, ihr seht aber gar keinen Hit. Ich hab' ein Geheimnis entdeckt. Ach gut, so schwer war das jetzt nicht. Weiter geht's. Uh. Du, pöser Nazi. Oh, ist das jetzt, äh, jetzt hauen sie mich. Ja, aber warte mal. Ja, aber warte mal. War da irgendwo Heilung? Nee. Hä? Wo war denn das? Oh, keine. Nicht gebracht. Nicht gebracht. Oh, ich bin ja begeistert. Und ihr so. Erst Eindruck. Haut mal raus. Ab in die Kommentare. Und daumen hoch, ne? Das Video ist geil. Gut, was trinken. Das passt. Oh, wo, wo, wo sind wir denn jetzt? Ich und mein Staubwedel. Gut, raus kommen wir nicht mehr. Aber ich hatte doch mehr Munition. Für die Pistole. Das weiß ich. Ich habe nicht mehr geschossen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Das sieht alles so aus, als ob man das kaputt schlagen kann. Mit dem Wedel. Hier. Wo ist denn das? Wild-Dämmel. Warte mal, ich liebe dich über die Armbots. Der Wurm haut ab. Wo gehe ich jetzt lang? Oh, die kann ich auch. Heller. He-Hellern. Da. Ich habe es gewusst. Ich sage ja, Doom. Jetzt spielen wir Doom. Doom 0,5. Aber ich glaube, Doom 1 hatte selbst bessere Grafik. Auaah. Woarr. kicking riecht. Au, ei, ei, ei. Gecappt. Gecappt. Das sieht hier wirklich aus wie Doom. Schön umgucken. Junge, Junge. Hä? Stehen die wieder auf? Och scheiße. Mir reicht's. Bräuchte übrigens eine Heilung. Das wär jetzt cool. Was? Was? Gut. Was? Voll die gruselige Stimme, ey. Ah, ein bisschen über die Köpfchen. So macht man das, Jungs. So macht man das. Wir werden angekratzt. Oh, jetzt bräuchte ich aber dann wirklich Heilung. Ich mach einen hier. Puh, komm schon. Heilung, geh ich jetzt hier weiter? Ich wollte diese Scheiß-Würmer. Oh, nee. Geh weg, bitte. Schuttgang-Schelz. Schelz. Oh, ein bisschen Heilung, ey. Geil. Oh, wir werden angekratzt. Scheiß-Satz. Scheiß-Schelz. Scheiß-Schelz. Oh, mein Scheiß-Schelz. Hey, bekomm ich jetzt keine Heilung mehr hier, oder was? Doch. Ich muss da lang. Oh. Ich bleibe weg. So geht das. Oh, die klingt so. Zack. Munition sparen. Ah. Wieder alles erledigt. Der Spiel wird immer besser, ey. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020